Servus Leute, wir sind heute bei Adidas in Herzogenaurach. Es ist eine ganz coole Location, heute findet ein Media Day hier statt, wir werden auch den neuen A16 Plus testen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Leute, im Hintergrund seht ihr die Schussmaschine. Ich werde jetzt gleich mal versuchen, den Ball wie Mesut Özil anzunehmen. Der Ball kommt so. Es wird gerade aufgeladen. Genau, und dann muss man den Ball gut stoppen. Ich versuch's mal. Ich schau jetzt einfach mal rein. So Leute, wir sind hier im Adidas Labor, haben den neuen A16 Plus getestet. Ich muss sagen, einer meiner Adidas Favorite Boots jetzt. Am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme mit der Seite, war ein bisschen schmal, aber nach 20 Minuten war das weg. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Checkt auf jeden Fall auf den letzten Adidas Vlog, hier noch den Test Ace 15 vs. X15. Abonnieren, Instagram nicht vergessen. Danke an Johnny, klasse Kameraarbeit. Und ich bin wieder raus, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.